Hallo, unser Milchviehbetrieb Nunnkamm GbR liegt in Ostwestfalen, genauer gesagt im Preußisch Oldenwurf. Wir bewirtschaften derzeit knapp 140 Hektar Land und halten 160 Milchkühe mit der dazugehörigen Nachzucht. Im Durchschnitt produzieren unsere Kühe in ihrem Leben 50.000 Kilogramm Milch und das in etwa 4 Laktationen. Unser Ziel ist, dass die Tiere möglichst lange bei uns bleiben und deswegen steht bei uns die Gesundheit immer im Fokus. Früher trat Milchfieber bei uns auf dem Betrieb, vor allem bei älteren Kühen, regelmäßig auf. Neben dem wirtschaftlichen Schaden von Milchfieber in Form von Behandlungen und Folgeerkrankungen ist weiterhin Stress für Tier und für Mensch vorprogrammiert. Uns gelang es nicht, in der Anfütterung den Calciumgehalt im Futter dermaßen abzusenken, um prophylaktisch Milchfieber abzusichern. Wie bei einem Berufskollegen habe ich vor etwa drei Jahren von dem Produkt Xcelit erfahren und es dann auch getestet. Obwohl wir zunächst alle skeptisch waren, ist das Thema Milchfieber auf unserem Betrieb seitdem fast komplett erledigt. Das ist das Xcelit. Xcelit ist ein Diätergänzungsfüttermittel zur Vorbeuge von Milchfieber. Es wird in den letzten 14 Tagen vor der Abkalbung gefüttert und der Ration der vorbereitenden Kühe zugemischt. Durch seine große Oberfläche kann Xcelit viel Calcium an sich binden und dieses gebundene Calcium wird dann ausgeschieden. So wird eine Calciummangelsituation vor der Kalbung erzeugt, wie sie die Kuh nach der Kalbung erlebt. Mit Xcelit verlaufen die Kalbungen in der Regel leichter und es kommt weniger häufig zu Folgeerkrankungen. Neueste Studien von der University in Cornell haben gezeigt, dass auch die Milchleistung und die Fruchtbarkeit verbessert werden konnten. Mit Xcelit hat der Landwirt eine effektive Lösung zur Milchfieberprophylaxe. Neben den eingesparten Kosten für Behandlung und einer verbesserten Milchleistung überzeugt unsere Kunden vor allem die Arbeitsersparnis und die einfache Handhabung.